Schön, wenn die alle so gemütlich liegen und kauen. Schnuggi bettelt normalerweise mehr, aber der muss pappsatt sein. Der muss pappsatt sein. Ach, guckt mal hier. Habt ihr noch große Kaustiks? Ja, da habt ihr doch viele feine Sachen. Leberwurst mit Petersilie. Das ist mal gar nicht schlecht. Das kann ich schön hernehmen, um Steli die Tabletten zu geben. Im Moment nehme ich meinen Schmierkäse dafür. Ich kaufe ja kein Fleisch. Deswegen kann ich ihr also auch nichts mit Fleisch geben. Ach, guckt mal hier. Basilikum in Dunkel, mit dunkelroten Blüten. Das sieht ja toll aus. Dankeschön. Ja, kann ich erst nächstes Jahr aussäen, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das sieht ja richtig schön aus. Oh, dankeschön. Oh, lecker Schucki. Dankeschön, riesengroße. Und ja, herzlichen Dank. Was gegen Mücken, Stechfliegen und Zecken. Super. Ich werde hier so dermaßen zerstochen. Oh, dankeschön. Nee, da ist nichts zum Beißen, kleiner Mann. Hä? Ja, ich kassiere nämlich locker jeden Tag so 30, 40, 50 Mückenstiche. Meine Freundin Gabi hat das komischerweise nicht. Die kann sogar abends Fenster und Türen offen lassen. Und Licht an, total egal. Kann ich nicht ein Stück. Ich habe teilweise an manchen Tagen über 100 Mücken pro Raum in meinem Haus. Wäre ich verrückt bei. Ja, mein Adresse. Mahlzeit Bruno. Ach, jetzt kommst du auch. Ja, dann warte mal. Dann kriegst du auch was. Dann kriegst du auch was. Ja.